Bunter Weltrekord im südafrikanischen Kapstadt. Hunderte Kitesurfer gleiten durchs glitzernde Wasser. Genau genommen haben sich nach Veranstalterangaben 426 Teilnehmer angemeldet. Das ist neue Spitze. Der bisherige Rekord lag bei 352 Kitesurfern, die auf einer Meile, also gut 1,6 Kilometern, durchs Wasser gleiten. Und Spaß an der Sache haben nicht nur die Kitesurfer selbst, sondern auch die Besucher am Strand. Untertitelung des ZDF, 2020